Herzlich willkommen bei Fritz Hesse GmbH & Co.KG, Ihrem Partner für Holzbauarbeiten aller Art. In unserer Konstruktionsabteilung wird Ihr Bauvorhaben nach Ihren Wünschen und Vorstellungen individuell geplant und erarbeitet. Die im eigenen Sägewerk zugeschnittenen und getrockneten Hölzer werden in mehreren Arbeitsvorgängen von unseren Zimmerern zu Ihrem gewünschten Projekt verarbeitet. Hier im Film sehen Sie den Aufbau eines Satteldachstuhls mit Spitzgauben. Neben Dachstühlen führen wir jegliche Holzbauarbeiten wie zum Beispiel Um- und Anbauten, Sanierung, Erstellung von Carportanlagen, Überdachungen, Balkonen und so weiter aus. Gerne verwirklichen wir auch Ihren Traum aus Holz. Sprechen Sie uns an. Fritz Hesse, wir bringen Holz in Form.